An die Ruder! Wir nehmen Kurs auf das Drachenboot! Na dann los, Wikinger! Sven wird Augen machen, wenn er das sieht! Es klappt! Ach, warum geht denn das blöde Ding nicht ab? Das muss doch irgendwie abgehen! Bei meiner Deckenwappe! Das ist mein Junge! Geben wir ihnen eine Vorstellung, Wikinger! Die sollen jetzt mal Bauklötze staunen! Ja! Was? Was ist das für ein neumodisches Ding? Hallo! Hallo! Das ist ein neumodisches Ding! Ja! Juhu! Zeit! Zeigen wir den Piraten, wie man das macht. Sie lenkt weiter ab. Ich befreie meinen Paps. Wie geht das? Ich bin sauer! Ich bin sauer! Oh! Ja! Hallo, Paps! Jetzt geht's sauer! Auf geht's! Lass mich in Ruhe! Das könnte dir so passen. Nichts für ungut Sven, das ging mal wieder daneben. Ich würde gerne noch weiter plaudern, aber wir müssen los, Sven!